Hallo YouTube! Schön, dass ihr bereit seid zu einer weiteren Folge Adventskalender 2021 Türchen Nummer 20 Genau In unserem Fall ist es ein 10 Was ist denn los mit dir heute? Wann bist du denn heute so glänzig? Eure Machen Ist der heute lieb zu mir? Wieso wettere? Ja, ich würde gerne direkt los Holst du mal Und Soll ich wieder fragen oder nicht? Nee, ne? Heute fragen ich eigentlich So, wir holen mal unseren Schlepperwohnern Soll ich wieder fragen oder nicht? Ja Da ist er Ja Ich hab's noch nicht dran Komm mal runter damit So Da ist er Unser Schlepper Und Wie viel ist das denn bestät? Ja Sieht gut aus, ne? Ja Gleich Nachher muss die Mama das dran machen, ne? Ja Ja Türchen Äh Türchen Nummer 20 Und dann ein paar Türchen Türchen Oh, Mama Kuna Das wird das Ding wieder aufklingen Ja, Mama Kuna Die Mama hier wieder verpasst hat Ich kann das machen Äh Das hab ich jetzt gemacht Das ist das Türchen Das Türchen geworden Das Türchen Ah, was das ist? Will ich mal so meckern? Lübe Dann musst du mir nach Feuer sein Sonst red ich dich gleich auf So So Meine Lieben Dann bringen wir mal los Heute kommen Die Sitz da dran Also der Sitz Und die Oberfläche von dem Sitz Also Das ist die Oberfläche Das ist einmal die Halterung hier Wir stellen den Sprecher mal hier vorne hin So Das ist die Oberfläche Das ist die Oberfläche Genau Das ist eins von diesen Oberflächen Oder das hier halt Mh Dein So Mh Was hast du? Was hast du? Ja Der Träger steht auch da Ja Äh Warte mal Wo ist denn? Hast du das abgemacht jetzt? Nein Wo ist denn das? Ey Ey Ich wohne hier Da Das legen wir jetzt mal da hin So Also Wir haben einmal das Unterteil dafür Und dann haben wir Nein Haben wir gar nicht Wir haben Einmal ein Unterteil Und einmal was Man dann da aufsetzen müssen Das ist so eine flache Oberfläche Oder halt Die Andere Aber Ganz ehrlich Ich bin ja dafür Wir nehmen Die Ah Ich weiß sie Die Die Also entweder kann man den nehmen Der 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 Ja, das ist wohl wahr. So, also, wir haben zwei Teile. Und zwar, wie soll ich mal hier hin? Einmal dieses Teil mit dem Aufsatz, da will ich das auch mal machen, und einmal das hier. Das Teil ist quasi das Unterteil, was wir jetzt mit dem Aufsatz hier zusammengelegt haben. Nein, das ist das Unterteil. Man kann jetzt diese beiden Sitze, eins von den beiden Sitzen benutzen. Einmal mit einer Polsterung und einmal ohne Polsterung. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Meiner wäre ja derjenige, der die Polsterung nimmt. Und ich will den nehmen. Und du willst den nehmen. Und das Bild, was ich euch am Ende des Kalenders, einsetzen werde, ist quasi auch ersichtlich, welcher Sitz es ist. Wir machen noch Folgendes. Oder? Wer entscheidet denn jetzt, welchen Sitz wir nehmen? Entscheiden wir das? Oder? Ja. Ja. Und zwar unter die Karte. Bis zum 24. Und dann gucken wir, welchen Sitz wir nehmen. Dann machen wir das, oder? Ja. Und am 24. machen wir dann den Sitz ein. Es kommt ja noch ein bisschen was. Also, wir haben hinten noch die Dreipunktaufnahme, die wir noch dran machen müssen. Hier kommt noch eine Dreipunktaufnahme hin. Hier hinten. Die haben wir noch. Dann muss das Ringkart noch aufgesteckt werden. Das müssen wir noch machen. Dann kommt noch die Motorhaube am 23. Die müssen wir noch zusammenbauen. Und am 24. ist es dann soweit. Da kommt dann nur noch vorne eine Blende dran. Das Nummernschild dran. Und dann wird das Ganze eingesteckt. Und dann können wir auf den Sitz dran machen. Ja, aber du musst da her. Genau. Genau. Und dann sind wir fertig damit. Dann machen wir noch ein paar Sticker dran. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Und dann, würde ich deine Mitwürze zeigen? Ja. Da, da, oder? Da. Da hochhalten. Genau da. Oh, die Leute sehen, die sehen das nicht. Wo? Ja, da, da ist die auch hoch. Genau. Da kann man die Motorklappe, die kann man dann auch schön hoch machen. Genau, die Motorhaube. Hast du aufgepasst? Ja, hast du sehr gut gemacht. Ja, dann würde ich sagen, an 24. entscheiden wir, ob wir Sitz 1 mit Polsterrum nehmen oder Sitz 2 ohne Polsterrum. Ja, dann üppel Scheiße. Ihr dürft den Schein genau so sieht es aus. Das heißt, wir packen die jetzt. Wir freuen uns auf unseren Monifor, damit wir das auch nicht verlieren. Und den dann den Porsche 108 an die Mama, die uns die Bank da dran macht. Das war's. Ja. Und das war's dann. Und jetzt gibt's eine einzige Sache, die der Luca noch machen muss. Oppo! Warte! Oppo! hier, 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 den Kanal abonniert. Und warum nicht? Das müssen wir dann noch nachholen, oder? Ja, meine Lieben, das war's. Wir wünschen euch ganz viel Spaß noch. Eine schöne Restwoche bis Heiligabend. Und dann sehen wir uns jetzt noch morgen mal. Na, morgen sehen wir uns am 21., am 22., und am 23., und dann noch am 24. mit dem kleinen Bonus, den ich euch versprochen habe. Ja, du darfst jetzt sofort noch was sagen, mein Schatz. Und dann sehen wir uns erst nach deinem Geburtstag wieder. Denn dann bauen wir jetzt zusammen noch was. Was? Na, gucken, vielleicht bauen wir das sogar im Livestream auch nicht. Hauke Gaming TV, einfach da mal draufklicken, Abo dalassen, ihr kennt's, ne? Genauso wie bei YouTube. Ich bin die Atelier. Genau, ihr kennt's genauso wie bei YouTube. Guckt rein, und dann werden wir vielleicht noch was zusammenbauen, oder wir werden noch eine L.S. spielen, und ich kann euch jetzt schon garantieren, zu Silvester werden wir wieder irgendetwas Verrücktes machen. Keine Ahnung. Vielleicht feiern wir hier einfach mal eine Party. Ja, Party! Wir schauen mal, was wir machen. Ja, Silvester. Ich will auch noch eine Party. Oder auch was ruhig angehen lassen, und einfach nur was zocken. Alter, du sollst doch! Und dass Silvester einfach mal den L.S. 22 durchjuckeln, bis der Arzt kommt, also bis es gar nicht mehr geht, bis da alle Mühe sind, und dann ab in die Falle. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Oder wir spielen, oder? Dann ist es. Ich weiß was. Wir beide, und da und du Stefan, spielen den L.S. 19, im Revival, auf der Hofbergmann. Ja, der Hofbergmann. Ja, dann spielen wir die auf dem L.S. 19, auf dem Server. Und dann geht's los. Aber ich kann nicht aus und raus. Ich kann dir dann Bilder aufnehmen. Aber was spielt das? Ich glaube nicht. Du spielst mich. Auch meine Bilder. Und der Stefan muss auch mal spielen, ne? Ja. So. Musst du dann? Mach mal, mach mal. Ja. Du spielst du dann, Bis zum nächsten Mal.